So, ja, willkommen zurück, weil die Aufnahme ist eben kurz abgebrochen, aber ja, wir sind jetzt wieder da, bzw. das Spiel ist abgestürzt, habe es ja gesagt, das passiert ein paar Malen jetzt hier, wenn ich aufnehme. Ich will mal die Stop-Boards weiterlaufen lassen, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich jetzt aufnehme werde, ich würde mal sagen, trotzdem noch 9 Minuten. Also, wie viel schützt denn uns das? Okay. Hier, gleich mal eine Art Gedächtchen hier. Hier, gleich mal eine Art Gedächtchen hier. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Oh, man. Dieser Zauber ist noch nicht verhandelt. Nein, 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 nein. Schon wieder fast gestorben hier. In dieser Folge richtig viel Action. Ich kann diesen Leder-Schulter-Schütze haben wir mal gefunden, aber... Ich kann das nicht plündern. Leider keine Stoff-Schulter-Schütze. So, wir haben jetzt hier die Quest beendet. Jetzt habe ich schon hier rum. Ich weiß jetzt nicht, wer das hier ist. Ich weiß jetzt nicht, wer das hier ist. Deshalb frage ich mich, ob wir nicht doch noch da bleiben sollen. Mal schauen, was es da gibt für welche. Ich weiß nicht schon mal genau, was für welche da gibt für welche Quests, aber... Was für Quests es da gibt, aber... Wobei wir uns jetzt hier mal für Heiler eintragen können. Nein, das können wir nicht, leider. Hoffen wir mal, wir finden schnell einen. Nein, 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 nein. 9.000, 6.000. Ich weiß nicht so genau, was sollen wir hier bleiben? Nee. Nee Wir werden noch abzumachen Wir gehen doch hier rum zurück, denn der andere Weg ist zu lang Hier mal schreiben Und hier rennen wir jetzt Wir sind noch keine 76 So können wir leider die Jetzt sterben wir auch noch hier fast Ich bin froh, wenn wir ihn auf 90 haben und dann noch ein paar Quest Und auf die zeitlose Insel und so gehen Ja, hier der Ingame-Shop ist zu 1792 In German Fighters Ich bin der einzige 18er, der im Moment online ist Kommt schnell zur Sache Nennt euer Andi Der Tag der Abrechnung wird kommen Und hier fast sind Hoffen wir mal, dass wir einen Ein Heiler finden Und noch einen DD Okay Oh Bonion Fire Finder Level 19 Schauen wir mal ins echten Tal. Die Gerechtigkeit wird auf sieben. Now Akrimer teleportieren wir uns jetzt mal.